. Das ist unsere extra dicke Arbeitsplatte. Sie ist 7,6 cm dick und hält eine Ewigkeit. Wenn sie erst mal 1,85 m sind, ist das die optimale Arbeitshöhe. Dann zeige ich Ihnen jetzt den weiteren Teil. Das sind unsere stabilen, sanft schließenden Schubladen, die sich geräuschlos schließen. Und das ist noch nicht alles. So funktionieren unsere Türdämpfer. Okay, aber erst mal die Maße eingeben. 4,50 m. Vergesst die Fenster nicht. Fenster. Sagen Sie, kann ich den Vitrinentank aus der Startküche auch mit dem Rest der Fahrgallanküche kombinieren? Aber ja, unser Faktum-Küchensystem passt zu jedem Küchengrundriss. Und natürlich können Sie auch alle Küchenfronten miteinander kombinieren. Erstaunlich. Das schaffen wir schon. Wenn Sie möchten, kommen wir auch gerne nach Hause und erledigen die Vermessung für Sie. Jetzt kommen wir zum Einrichtung. Hier die Spüle. Wie heißt die Küche nochmal? Ach ja, Abstrakt in Weiß. Ja genau, die Abstrakt in Weiß. So? Ja genau so. Auf das Faktum-Küchensystem gibt es übrigens 25 Jahre Garantie und 5 Jahre auf Elektrogeräte. Sagen Sie, kann ich die Stadtküche mit den Griffen von Fahrgallern kombinieren? Natürlich, ganz wie Sie wollen. Jede Kombination ist möglich. Jede? Jede. 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 Jetzt haben wir sogar ein fast perfektes Arbeitsdreieck. Ach, was soll das denn schon wieder heißen? Arbeitsdreieck? Ja, so haben es die Hennings auch bei sich. Herr Henning hat das mal ganz genau ausgerechnet. So braucht Frau Henning nur noch 50 Prozent der Wege zu gehen. Ja, Frau Henning ist ja auch sowieso eine ganz tolle. Engelchen, jetzt lass doch mal Frau Henning in Ruhe. Jede. 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 Na ja. Nein. Eigentlich nicht. Nein. Ist doch keinerlei. Sagen Sie, kann ich den ... Kann ich mir den Küchen ... Ich weiß. Stimmt, die Gläsern und Teller können in die Nähe der Spülmaschine. Sagen Sie, kann ich die Stadtküche mit den Begriffen von Fagerland komisieren? Sagen Sie, kann ich die Stadtküche mit den Hebeln von ... Ja, Mann, das ist gut. Entschuldigung. Sagen Sie, kann ich die Stadtküche mit den Griffen von Fagerland genitieren? Das ist doch nicht, ey. Genitieren ist auch nicht schlecht. Genitieren, ey. BR 2018